Mein Moin liebe Freunde der simulierten Anbetschaft. Mein Name ist Christian. Ich präsentiere euch heute für unsere YouTube-Modbox den Lizard-Trichter-Anhänger vor. Dieser Mod wird uns zur Verfügung gestellt von MDZ-Company und SGJ-Modding, in der die Modder schreiben ihre eigene Mod-Beschreibung, dass dieser Anhänger für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox Series, auch irgendwie können wir unseren Mod herunterladen und nutzen. Ja, wenn ihr euch für unsere Mod schon gefallen, wie gesagt, lasst den Daumen nach oben da, aktivt die Glocke, schreibt den Kommentar, würde ich mich sehr über freuen. Wenn ihr euch für diese tolle Map hier interessiert, die Siluron Forest, mit dem Rollercoaster, wo wir jetzt Palos gemacht haben, oder machen, oder halt auch den neuen Fahrzeug, die es alle gibt, und, und, oder den Seasons Pass 2, der demnächst kommt, nutzt die Links unter dem Video, damit unterstützt den McManus und den Entwickler direkt und würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja, zu dem Mod selber. Ihr seht, es ist ein Anhänger und diese Trichter-Funktion. Das heißt, er lädt nicht hinten, also überlädt nicht hinten rum, oder kippt eine Seite aus, und über dieses kleine Röhrchen hier, lässt er quasi alles im Ventil oder in den Verkaufspunkt laufen. Ihr seht hier oben auch, ne, ist ein Trichter aufgebaut, und ist eigentlich, finde ich mal eine coole Idee. Texturtechnisch muss ich sagen, okay, ich meine, wir sind schon ganz, ganz anderes gewohnt, deswegen eher okay als richtig gut. Ne, ihr seht hier noch die alten Stoßdämpfer hier, oder Federkerne, die wir da haben. Sonst so alles in Ordnung, aber wie das ist, texturtechnisch eher spartanisch. Vielleicht muss es auch so sein, ich meine, es ist ein Lizard-Produkt, das heißt, es ist ja auch eine Fantasie, also quasi eine Eigenmarke. Ja, müsst ihr für euch entscheiden. Ich fand es halt interessant, so wie er quasi entleert, das zeige ich euch gleich natürlich. Im Shop finden wir das ganz natürlich unter Deal Zero Mods oder unter Anhänger. Und hier haben wir einen 8.000 Liter großen Anhänger für 11.000 Euro. Ihr habt eine Farbkonfession in den L-Stand typischen Farben, ne, so könnt ihr euch das selber aussuchen. Eine Designfarbe, das ist dann hinten. Eine Felgenfarbe, könnt ihr euch dann auch ganz wild aussuchen. Wenn ihr ins Wild durchkommt, könnt ihr in diesem Fall nochmal 1.000 Euro dazu, sprich für 12.900 habt ihr quasi den Anhänger. Der Mod befindet sich in der Version 1.0, nochmal nebenbei gesagt, also sprich, es ist just geil rauszukommen. Und ja, ich zeige das ganze mal. Um euch das zeigen zu können, müssen wir natürlich das Auto ein bisschen befüllen. Wir nehmen irgendwas mal, ne, nicht Eisenerz. Und die Streuselschnee auch nicht. Das heißt, 8.000 Euro sind drin. Wir fahren jetzt mal zum Verkaufspunkt hier. Da kommt der Zug. Ihr seht, das Überleihsymbol kommt. Ihr seht, das Rohr senkt sich. Das senkt sich. Und dann seht ihr, rieselt es langsam aber sicher. Rieselt jetzt der Weizen aus dem Anhänger heraus in den Verkaufspunkt. Nach oben seht ihr, man sieht auch ein bisschen die Abladefunktion. Es läuft wirklich mittig zu, wie es beim Trichter der Fall ist. Um dann unten quasi aus dieser Eröffnung rauszukommen. Um dann halt hier rein zu rieseln im Endeffekt. Ihr seht es auch schön animiert. Und man sieht wirklich so einen Fluss von dem Ganzen. Es ist nicht einfach nur eine starre Grafik oder so. Auch hier seht ihr, wie es sich langsam und weniger wird. Und zum Schluss war es dann nicht mehr so eindeutig. Aber ihr seht, es funktioniert sehr sehr gut. An sich so der Hänger, wie gesagt, lässt sich auch gut fahren. Ich weiß nicht, ob man einen zweiten Anhänger anhängen kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das müsste man dann testen. Aber das könnt ihr eher machen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, mehr kann ich euch zu den Augenbotschaften. Ihr könnt auch eben kurz rückfahren. Nicht oder nicht. Blinker. Hat er, sind funktionsfähig. Leuchten hat er auch. Und Bremsleuchten funktionieren auch. So, jetzt aber. Mehr kann ich euch zum Anhänger nicht sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke um keine weiteren Mods zu verpassen. Däumchen da lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.